Habt ihr euch mal die Färbung der Ohren angeguckt? Außen weiß in den Schwarz gemustert. Die Ohren in den Schreifbier sehen wir uns. Da hat er Pirates gehört. Das sind Jungtiere, das wächst noch. Das sieht ja so lustig aus. Die Töne ist ja so lustig aus. Die Töne ist ja so lustig aus. Antilopen gibt es eigentlich gar nicht, das sind alles Hornträger, aber Antilope hat sich irgendwie eingewürgert, also biologisch ist das keine...